Sorge um Klopp! Trainer im Krankenhaus Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat sich Trainer Jürgen Klopp, 50, sicherheitshalber in ein Krankenhaus begeben. Der Quart des FC Liverpool verpasste nach Angaben des Klubs am Mittwoch das Training, sollte aber noch am selben Tag wieder aus der Klinik entlassen werden. Klopp werde sich dann in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es. Der FC Liverpool bat darum, die Privatsphäre des 50-Jährigen und seiner Familie im Krankenhaus zu respektieren. Laut der Zeitung The Telegraph soll sich Klopp bereits am Dienstagabend unwohl gefühlt haben. Er hatte sich demnach zunächst bei den medizinischen Betreuern der Rättskrank gemeldet, die ihm dann jedoch weitere Untersuchungen empfahlen. Nähere Informationen zu den Beschwerden Klopps gab es zunächst nicht. Ob er am Samstag im Heimspiel gegen den FC Sudhamton auf der Bank sitzen kann, war ebenfalls unklar. .